Mittwochmorgen, wir schauen auf die Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut registrierte 11.903 neue Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zu gestern leicht auf 65,4. 97 Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Dem RKI wurden 92 weitere Tote wegen Covid-19 gemeldet. Mehr als 54,3 Mio. Menschen sind inzwischen vollständig in Deutschland geimpft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017